Das ist A Cappella ein kleines bisschen härter als das gerade, was wir getan haben. Und wir gucken mal, ob ihr einschwingen könnt. Geht so, Achtung! Geht so, Achtung! Wenn wir das jetzt tun, dann kommen wir zur Musik, die heutzutage hoch und runter gespielt wird. Nicht bei ASA, aber bei anderen Radiostationen. Da gibt es ein ganz, 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 ganz klares Prinzip. Die spielen das so oft, bis du das wirklich kennst. Das ist natürlich ein super Prinzip. Du machst das so oft, bis alle sagen, das muss gut sein. So oft, wie das läuft, das muss ja gut sein. Das wollen wir ja nicht alle spielen. Und auf diesem Wege kommt natürlich auch ganz viel Zeug so in die Medien, wo wir uns sagen, muss das sein? Wahrscheinlich ja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall möchten wir jetzt ein paar solche Songs für euch zum Besten geben, die uns letztes Jahr aufgefallen sind. Wenn wir außerhalb der Reichweite von RSA mit unserem Bandbus unterwegs sind, zum Beispiel den gebrauchten Bundesländern, was auch vorkommt, dann hören wir natürlich, naja, wir sind immer noch, wir sind Botschafter für Leipzig, ganz klar, aber noch weit darüber hinaus, wir waren jetzt schon viele Jahre nicht mal auf dem Stadtfest, sieben, acht Jahre, und wir wurden oft gefragt, warum nicht, weil wir eine Mission haben. Wir sind immer noch aktiv im Aufbau West, und das ist eine Riesenaufgabe. Also, du wirst nicht fertig, du wirst nicht fertig. Wir haben wirklich, wir sind ja schon jahrelang dran, und dann, wir waren drei Monate in München, da haben wir gedacht, okay, jetzt kommt es in die richtige Richtung, ein Jahr später dort gewesen, alles wieder, ach Gott. Auf jeden Fall, wir geben nicht auf, deswegen können wir nicht immer da sein, aber heute sind wir ja da, und jetzt gesagt, die Songs, die uns letztes Jahr in unserem Bandbus aufgefallen sind, wenn wir unterwegs sind, über 100.000 Kilometer sind wir letztes Jahr gefahren, nur die Strecken, wo wir uns verfahren haben, da sind die Ziele noch gar nicht dabei, das ist wieder hochgerechnet, auf mehrere Wochen kann man sagen, dass wir die Hälfte des Jahres in unserem Auto verbringen, und dieses Jahr kann uns das nicht passieren, das Autoradio ist kaputt seit acht Wochen, wir wissen nicht warum. Auf jeden Fall, letztes Jahr ging es noch, und diese Songs möchten wir jetzt zum Besten geben mit eurer Unterstützung, Leipzig, seid ihr bereit! Okay.